hallo und herzlich willkommen zurück zu ist die tür dahinten zu ist ganz wichtig schauen wir hier die sträucher erst mal wieder aufgaben generieren ich hoffe nicht schon wieder herstellen laufen klingen das war jetzt dann das trip das wäre jetzt dann das dritte mal in folge das muss ja nicht sein töte fliege das geht noch radnetzspinne im stück stachel sprössling hatte ich auch 26.000 punkte das reicht noch nicht um alles zu kaufen ja schwierig machen wir zuerst einen stachel sprössling danach gehen wir auf fliegen jagt wir machen einen stachel sprössling der denn da ist auch kein doch grobe seile ohne ende hat es weit weg stachel sprössling erstellen 150 punkte geschenkt ja sie war hier nicht wie viel punkte ich dafür kriegt fünf radnetzspinnen und fünf fliegen machen wir heute mal ein paar aufträge muss ja auch mal seine bauen mal aufträge machen und ich wollte eigentlich die waffe verbessern können wir aber mit warten ist wieder ein bisschen ja abgenutzt ist dann wird sie ja gleichzeitig repariert so liegen sind in die richtung glaube hier durch und geradeaus das hier schon oder ist es weiter hinten nächstes weiter hinten es ist beim nächsten durchgang mache ich auch noch keine panik das ist eine klein und wendig wo eins von fünf da kommen sie näher kommt daran musste das jetzt sein ja wir hatten mehr aus drei von fünf ich höre dich tschüssi radnetzspinnen nein keine bombardierkäfer radnetzspinnen und ich bin schon wieder vergiftet sehr schön und das obwohl ich ihr das ding an habe ja dann greif an jetzt an es bringt es jetzt rüber unfassbar nee mit denen würde ich jetzt nicht wenn nur zu den fliegen jetzt er ist ja gut beruhigt die auch dass das wenn die einen anhauen in dem moment kann man die waffe nicht benutzen das ist schon gemein wenn ich ja kommen jetzt ich will doch nur fliegen jagen so satz seit ihr 1 das war nichts muss man feiern muss man feiern wo ist die fliege drüber geschossen ich glaube es ja nicht nein hier sind so viele fliegen nicht trefft die nicht was jetzt ich habe hunger oh man kriegt mich nicht auf ich kann mich nicht entscheiden und vorbei noch nicht normal dass ich die nicht trifft es ist dunkel ich sehe nix wir haben eine noch eine noch so jetzt aber ja ich habe halt nichts zum essen dabei ne rein nein nicht trinken aufsammeln da ist noch ein pfeil ja gut okay das war das haben wir das jetzt so aufgaben alle aufgaben abgeschlossen ja kann ich kann ich so haben okidoki dann mal wieder es ist jetzt 19 Uhr das haben wir hier noch ein paar sachen ein war immer gut gebrauchen so seht ihr mehr die immer mitnehmen verprobe seile die linie die linie die linie die linie oh warte eh corn bits mal ein bisschen essen schlimmer als mutters rosenkohl ich mag aber rosenkohl ich glaube der ist sogar gesund ohne auf keinen fall wolfsspinne nene jetzt nicht so dann können wir ja noch solange es hier dunkel ist die waffe verbessern brauchte dafür brauchte ich denn so wo ist er da braucht er zehn mächtige juwele zehn mächtige juwele zehn mächtige juwele zehn mächtige juwele mächtiges juwele äh hab ich denn noch hab ich keine da drin mächtige juwele was ist das mächtiger klumpen äh zehn mächtige juwele dann muss ich ja das geht ja gar nicht wie soll ich denn zehn mächtige juwele ich hab hier schon mal ich hab hier schon mal ja da habe ich nur 17 von und das wird nicht funktionieren mächtiges juwel ich brauche zwei krasse robuste steine ich bei 10 werden es 20 ich habe nur 17 das ist echt bitter aber wir können ja bestimmt die rüstung jetzt komplett verbessern also das fehlt ja krasser modestein vier stück vier krasse modestein vier krasse modestein hat das kriegt doch nicht oder so ich ja nur hatte ich gar nicht ins inventar packen müssen ich habe schlank gewählt da habe ich eine blockstärke mit weiner anders wäre ich jetzt bei 55 ist halt so das noch aufhängen als andere einsortieren aber wieso war hier noch da kommen die hin blütenblätter uhrzeit 124 23 radenschleim spinnenteile was habe ich denn noch dabei die denn einen teil spinnenteile sich das eine an die braucht man nie mehr wo waren denn jetzt die stechmücken da hat das nicht geklappt eben du dahin irgendwas ich habe hier noch pelze und verdorbenes fleisch hier hin gut dann geht es jetzt in die haja gutemorgen dramaturgie pur ok essen geht nicht dann nehme ich mir ein bisschen was am essen mit das wieder hin jamm 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 ist das lecker hier weg hör auf mich zu stubsen bist du nicht mehr da drin wieso stubs du nicht darum schon 1 gefressen und hier so ist noch nichts gefressen außer fliege mit dem pelz was hat mir verdorbenes fleisch im maul im maul im brüssel was weiß ich okay dann wir wollten doch noch irgendwas weiter bauen wollte ich hier sollte doch gar nicht so sein denn hier sollte doch eine große halle hin richtig richtig genau das bedeutet du kommst hier hin da ja oben die die bleiben da geht es ja weiter das ist unsere große halle werde ich wohl ja die alles rausräumen und auf der anderen seite wieder einräumen so aber was mich interessiert ist alles rausgenommen und das kann ich das ist zwei hoch und dann wird es hier ab da nur 1 also ein bisschen struktur möchte ich schon gerne da drin haben so jetzt geht es hier raus geht hier rüber dann käme hier noch eine tür hin hier oder dahinten ja wie hatte ich das denn hier geplant ach so okay 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 muss ja dann von hier aus auch noch mal einen nach unten das bedeutet er müsste vielleicht eine treppe hin ja können wir so machen treppe hier so eine treppe hin die nach unten führt ja okay dann kann ich das so machen dann geht das so habe ich mir hier alles verbaut komme ich da hinten nicht mehr hin ne ne ich komme nicht mehr hin ich komme nicht mehr ran ne ne mist was ein blödsinn ja okay auf jeden fall geht das dann hier so weiter und ein treppenhaus ja ein treppenhaus hier auf der seite wäre nicht übel Die Frage ist, wo baue ich das hin? Ui. Ui. Äh. Der ist falsch. Äh, ich sagte, der ist falsch. So. Hier so hin. Okidoki. So. Oh. Hier ist auch was falsch. Aber welcher? Welcher ist hier falsch? So, direkt daneben ist ein Fenster. Dann kein Fenster. Na, also hier Fenster. Hier kein Fenster. Deutet, ihr müsst das hin. Hm. So. Ok, wenn ich hier bin, möchte ich ja auch noch mal nach oben kommen. Wie mache ich das? Warte mal. Stehen weg, mach. Und nehme mir hier noch mal eine Treppe. Ist das gut, die so hinzubauen? Dafür ist ja eigentlich der Platz gar nicht mal so verkehrt. Gell? Komm ich da hoch? Komm da hoch? Gehe hier hoch? Ganz nach oben? Ja. Passt soweit. Okay. Aber ich brauche Stenkels. Ganz viele sogar. Wo sind denn die ganzen Paletten hin? Wo sind denn die ganzen Paletten hin? Also, hier stehen 1, 2, 3. Ich muss das umstellen. Das geht's nicht. So, draußen steht eine Palette plus die 3 sind 4. Das ist nicht allzu viel. Wo sind denn die anderen alle hin? Ich hatte doch mal 7. So, Fliegi. Jetzt nicht hier reingehen. Verstanden? Dann können wir nicht hier reinfliegen. So, ist brav. Okay. Das wären dann 1, 2, 3. Draußen 1, 2, 4. Hier noch welche? Nee. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie kommst du denn hier rein? Das ist doch nicht euer Ernst. Geht da raus. Komm jetzt. Ist der nicht mehr in seinem Häuschen drin? Lausi. Doch. Nein. Bitte nicht rausgehen. Lausi, komm rein. Ich wollte nach Paletten suchen. Werd ich auch jetzt machen. Wo ist Lausi? Muss man noch Y drücken? Wo ist Lausi? Lausi? Digi und Dings, wo ist es da? Wo ist Lausi hin? Wo ist Lausi hin? Da. Ja, geh raus. Komm, geh raus. Knuddel, 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 knuddel und jetzt raus mit dir. Raus. Raus. Geh durch die Tür. Geh durch die Tür. Ähm, aus dir nehmen. Okay. So. Wenn ich dich jetzt genommen hab, folgst du mir dann? Wo ist er? Also, komm raus. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Hallo. Ist die irre? Was ist denn jetzt schon wieder? Geh raus. Komm jetzt. Komm mit. Komm doch. Ist das so schwer, hier durchzukommen? Hallo? Ja, und jetzt folge mir. Komm schon. Komm. Hallo. Siehst du mich nicht? Jetzt geht er durch. Kann ich die nicht stupsen irgendwie? Ja, dann hat sich das erledigt. Ich brauch meine Paletten. Wo sind sie? Sind hier oben Paletten? Nö. Zwischendeck? Nö. Was sind denn die alle? Ja, ich sehe es schon kommen. Du läufst da runter. Da habe ich extra alle Türen abgeschlossen. Aber nee. Nee. So, sind hier noch Paletten irgendwo. Die können doch nicht einfach verschwunden sein. Ich hatte sieben Paletten. Ich hatte sieben Paletten. Drei und draußen eine sind vier. Können wir nicht einfach Paletten verschwinden? Ist hier was drin? Nee. Hier oben habe ich geguckt. Da war nix. Bin ich blind? Habe ich was übersehen? Womöglich habe ich was übersehen. Äh. Hm. Irgendwo in den Treppenhäusern? Ach, guck an. Da haben wir eine. Da ist eine. So, das sind dann jetzt fünf. 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 Aha. Sechs. Ja. Sechs. du passt doch hierhin wie standard versperrt wo nicht wahr 1 2 hier 5 draußen eine 6 also fehlt mir noch eine einzige palette nix ist nix auch nicht gleich irgendwo nee irgendwas stimmt hier nicht oder doch fast schon irgendwo wo hatte ich denn hier schon weiter gebaut nee also ist da auch keine palette wie vielleicht das nervt auch nicht gleich baue ich da doch wirklich die anderen türen ein eine palette in sicht läger der verlorenen palette unfassbar schauen wir mal hier oben da sehe ich aber auch nichts irgendwo im gang drin nö dann sind es wohl nur sechs ich habe 32 schon nach draußen gebracht aber nicht glauben hier ist nix ist auch nichts und hier ist nix dann sind sie wieder alle hier die ist da was sie ist da und sie kommt sie hat sich verlaufen dann ist es halt so ich bedanke mich fürs zuschauen das war jetzt eine paletten such folge wir haben ja noch mehr gemacht ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen gehabt euch gut und tschüss